Für Ufos aus dem All, warum schickt Tür ein General? Die Fliegerstaffeln hinterher, Alarm zu geben, wenn's so wär. Dabei waren dort am Horizont, ne 99 Luftballon. 99 Düsenflieger, jeder war ein großer Krieger. Hielten sich für Captain Kirk, es gab ein großes Feuerwerk. Die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich an der Macht. Dabei schoss man am Horizont, auf 99 Luftballon. 99 Kriegsminister, Streicherz und Benzinkanister hielten sich für schlaue Leute. Witter hatten schon fette Beute, riefen Krieg und Wolkenmacht. Man, wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit kommt. Wegen 99 Luftballon. Wegen 99 Luftballon. 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 Musik 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 Musik